Ich liebe es, Plugins außerhalb ihres vorgesehenen Rahmens einzusetzen und deswegen missbrauchen wir auch heute mal einen R-Vox von Waves, um eine Bassdrum knackiger und druckvoller zu gestalten. Jetzt in deinem Advent-Kalender. Präsentiert von Monkey Banana. Storia Mastering. Noiseworks. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender. Plugins außerhalb ihres vorgesehenen Rahmens einzusetzen, bietet sich immer dann an, wenn Plugins Funktionen mitbringen, die eben nicht nur im vorgesehenen Rahmen funktionieren, sondern eben auch bei anderen Signalen gut einsetzbar sind. Wie zum Beispiel der R-Vox hier von Waves. Denn der Waves R-Vox ist eigentlich dafür vorgesehen, auf Vocals zu arbeiten. Vox steht für Vocals natürlich und deswegen ist das ein Kompressor, mit dem eigentlich Vocals sehr einfach bearbeitet werden sollen. Aber der Vorteil vom R-Vox ist auch, dass er eine zweite Funktion mit an Bord hat und die heißt Gate. Wenn du mal hier schaust, wir haben hier nicht nur einen Kompressor, der hier eingestellt werden kann mit nur einem Regler, sondern wir haben hier auch ein Gate. Ein Noise-Gate, das dafür sorgen soll eigentlich, dass bei den Vocals alles zwischen dem Gesang ein bisschen rausgefiltert wird, damit der Gesang ein bisschen separierter klingt. Das kann man sich aber auch zunutze machen, um damit eine Bassdrum knackiger zu gestalten. Und das machen wir jetzt mal. Ich habe mal hier parallel zum A-Vox hier noch den V-U-M-T reingeladen, damit wir sicherstellen können, dass die Bearbeitung, die wir gleich machen, nicht den Pegel von unserer Bassdrum verändert, sondern nur den Klang. Deswegen stellen wir als erstes mal den Kompressor von unserem A-Vox hier ein für unsere Bassdrum. Ich spiele sie mal ab und justiere dann mal den Kompressor ein bisschen ein. Ruhig, tüchtig komprimieren. Du siehst schon, dass die Bassdrum hier unten jetzt deutlich lauter geworden ist, im V-U-Meter, aber auch auf den Ohren. Ich deaktiviere nochmal, damit wir nochmal kurz sehen können, wie der Ausgangspegel war. Ungefähr minus 7,2 wird hier gepiekt. Jetzt machen wir mal an. Jetzt sind es minus 2,9. Also müssen wir ungefähr, nehmen wir mal 4,5 dB raus hier wieder mit dem Gain an der Seite. Und können darüber sicherstellen, dass wir eben nur die Bearbeitung vom Kompressor hören. Das war ein bisschen viel. Wieder drauf, so. Ungefähr bei 7,2 wieder rauskommen. Dann können wir nämlich sicherstellen, dass wir wirklich nur die Bearbeitung hören, die der Kompressor macht. Ah, noch zwei. Ungefähr, da sind wir jetzt ungefähr. So, der V-U-Meter hat uns jetzt also auf jeden Fall geholfen, schon mal dafür zu sorgen, dass wir nicht lauter aus dem Plug-in rausgehen, als wir reingehen. Jetzt machen wir nochmal den A-B-Vergleich mit dem Kompressor an und aus. Der Kompressor macht auf jeden Fall das, was er soll. Also komprimieren und er hat irgendwie so eine magische Wundertat dabei, die dafür sorgt, dass die Bassdrum irgendwie cooler klingt, ohne dass sie, wie wir ja gerade sichergestellt haben, lauter wird. Aber jetzt kommen wir zum zweiten magischen Knopf, der eigentlich erst dafür sorgt, dass unsere Bassdrum eben nicht nur druckvoller wird durch den Kompressor, sondern auch knackiger. Und das ist die Gate-Funktion. Die Gate-Funktion kannst du einfach nehmen, um damit nicht nur alles zwischen den Bassdrum-Schlägen wegzufiltern. Zum Beispiel, wenn du eine natürlich aufgenommene Bassdrum hast, aber du kannst auch den Nachklang von der Bassdrum damit verkürzen. Und das machen wir jetzt mal. So ist sie richtig kurz. Nicht zu kurz machen. Bisschen hören. So. Bisschen. Und jetzt A, B, aus. Deutlich kürzer. Und damit wir überhaupt prüfen können, natürlich auch, ob das im Mix funktioniert, machen wir jetzt mal die Solo-Funktion für die Bassdrum aus und hören uns mal das Ergebnis im Mix an. Der Mix sind übrigens die Spuren des Monats im Premium-Bereich vom Recording-Blog. Falls du also Bock haben solltest, diesen Song auch mal selber zu mischen oder mir dabei zuzuschauen, wie ich diesen Song in einem großen Mix-Tutorial von vorne bis hinten am Stück durchmische, dann kannst du das gerne tun. Ich blende hier oben mal einen Link an, da kannst du mal reinschauen und dich über den Premium-Bereich im Recording-Blog informieren, wo du auch jede Menge Gleichgesinnte übrigens triffst, sodass du demnächst nicht mehr alleine mischen musst. Aber jetzt machen wir mal das Solo aus, ich mache auch das Plug-In aus und dann hören wir mal, wie die Bassdrum sich im Mix verhält. Also los geht's! Ich habe den Eindruck, dass die Bassdrum auf jeden Fall druckvoller, knackiger und insgesamt durchsetzungsfähiger wird. Durch den AWOX, der ja eigentlich für Stimme vorgesehen ist, aber jetzt hier für Bassdrum eingesetzt wurde. Dir viel Spaß beim Ausprobieren und wenn du wissen willst, wie du nicht nur so einen einfachen Kompressor einstellen kannst, sondern jeden Kompressor mit nur zwei Einstellungen, dann klick als nächstes in dieses Video, da wirst du alles weitere erfahren. Da sehen wir uns dann bis gleich, mach's gut und yesu!